Und Leipzig in Hoffenheim. Wenn die verlieren, dann schickt der Red Bull wieder ihn aus Weltall. Das ist wieder das Gleichgewicht, halbwegs. Jetzt endlich, das ist jetzt der Sommer mit Euro-WM-Frankreich-Rio. Da waren ja Sportarten, da Ringe und Sportgümmding, da Tischtennis, der Fahnenträger bei uns. Der Winningholz war krank. Aber wie das schon aussieht, das ist Paralympics für Gesunde. Beim Schießen war man gut. Schießen ist deutsch, klar. Drei Vielzeitigkeit und auch Dressurpferd ist schon immer deutsch. Ein deutsches Pferd geht nicht, es rückt vor. Aber Fußball-Euro, da waren alle krank und der Cristiano kriegt Europa als Fußballer. Dem seine Frisur wird mit dem Hubschrauber eingeflogen. Der Helikat. Gut vom Aussehen, der trainiert Muskeln an der Stelle, da hab ich gar keine Stelle. Und dieses Jahr glaub ich ja, dass die Bayern, bin doch vielleicht leer, aber ich glaub dieses Jahr, da hab ich die Chance. Das Spielermaterial, Bayern wird unterschätzt. Die sind gut. Die können schaffen.